na komm mit titel sollte lassen sie müssen zum sicherheitsturm den campus zu verlassen nein, jetzt muss ich nachladen noch nicht der schneller sieht müssen wir durch die Tür? ja ja, genau können Sie es öffnen? leider nicht von hier Versuchen Sie es im Mitarbeitergebäude hinter der Tribüne da müssten die Schlüssel sein Twitch funktioniert mal jetzt so lassen Sie den Finger am Abzug das gehört nie, was einen erwartet so geil, wenn es dich auch vorteil wird zu welcher er redet aber automatisch war gerade einer geschrieben so schief so das ist was der einzige die 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 aber hallo und willkommen sorry wir hören dich nicht ich hab das ausgeschöpft wieder wir machen speedrun platin weißt du was ich ständig geteilt nachher wenn das vorbei ist aber siehst du ach so wir müssen hier raus das kann man zu zweit springe so was kann man die story zu zweit spielen ja kann man kurzer blauer bildschirm ich hoffe das geht schnell war das verkündet man die das muss gesagt dass der übertragungs einstellungen party audio teilen so red mal was an die hast du was habt ihr an jackson könnt das kann nicht sein sie ja wir müssen mehr sonst muss ich mein baut meines ist normal immer auf zu lassen bist aber neu bei mir oder auf meinen kanal ich kenne da habe ich schon das auch schon ja ich bin dann jetzt gerade abgeschlossen passt ist neu auf meinen kanal kann das sein oder ist es das daumen hoch das jahr geht er nur greiter die sich nicht vor allem an die nix was wurde zum besorgen der stadt nicht auf soja sorry durch gewiss die alzheimer das geile ist das halb die heilmittel gehen wir nicht dass du nicht nachladen musst kannst froh sein da und da sind einen jungen alter her sieg aufmachen ich glaube ich schau jeden einen bei jedem rennen also es ist es kann ja so kann sie nur nicht an jedem namen erinnern das ist nur normal wenn ich zu weit durchwenden sagen was gar kein schlecht wir müssen ja von der dritte weiter so sie sind fast da laufen sie danach haben kommen Du kannst froh sein, dass du dich nicht nachladen musst, das ist schlimm. Serain, bleib da einfach drauf, Alter. Pass auf. Ah, je. Wir brauchen nur Vorrennen. Ach so? Ja, zum Polizei-Auto. Ja. Fahrrad, ihr reingelt zum Polizei-Auto. Los! Der dieses ist online. Mhm, okay. So, das musst du jetzt machen. Was muss ich machen? Zum Handschuhfach musst. Ja, Handschuhfach als erstes. Und dann oben bei der Sonnenblenden oben ist der Schlüssel. Hab's. Dann Viereck, glaube ich. Dann oben. Hab ich. Hab ich. Dann R2, L2 und dann wieder R2. Und dann wieder R2 und dann haben wir's. Eingeschnallt? Ja. Festhalten! So, jetzt kann ich lesen. Den Campus hätten wir. Jetzt müssen wir noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Ohne getötet zu werden. Na, zu zweit macht der 6. Teil schon Spaß. Mist! sicher zu zweit macht immer spaß oder es geht schon mal geworfen wird weil ich haben wir jetzt die kathedrale ja es gibt ja noch einen unterirdischen weg die abwasserkanäle der andere gefällt man nicht der fünf vergleich war das das der afrika war er hat zurzeit macht viel spaß das stimmt alle dieses hohe der aus den schlüssel oder den code für das programm ja die natin ist sicher die natin und ich und der jackson ich war halt beim arzt ja ich habe nur gesagt ich habe beim spiel bis genau beim bauch weißt du beim herz halt dort und das hat den kunden und ja in der nähe beim herz her und das tut welche sticht und brennt und alles wirklich damals da hat bald was trocken kriegt ja ja das ist ja immer normal ich kenne das hier rechtlich wirst du ich schaue nicht auf den klettern das ist in der kinder wenn das wirklich das ist na der ding wird der ding wird wesen wegen dem programm braucht den sicherheitsschlössl wieder und du essen sind du hast du hast einen sicher noch sagen wir so du musst man dann nachher erklären wie ich das zu fing wie ich das eingeben ich kann das nicht installieren gar nichts ich habe probleme naja muss verifizieren wird aber red mann offen spüren wir ihnen doch zwei drei stunden drei zuschauer schön dass ihr alle da seid es kommt dazu klar es kann ich aber auch hochladen auf youtube der tag gefällt mir mehr da da bist du grafik immer gut das gleichzeit neuer da ist es wenn es ein sexuelles dann kann man platin holen für die du hast den immer viel oder ich wusste nicht mehr so viel ich habe ihn damals um sieben euro gab sieben oder acht euro jetzt kostet das ist nichts so darf ich gleich die tue aufmachen weil ich schaue jetzt nicht mit zombies der schöne dass du weißt schon dass die nadine in der partie ist oder also das so im plan rechte seiten und das Der reinste Albtraum! Was? Nein, ich kann nicht lesen und spielen. Was? Da kannst du... Ach so... Der hört dich aber eh, glaube ich, auch, wenn du es eingestellt hast. Ich habe das eingestellt. Du hast die Party mitgemacht. Äh, mit. Party-Auto-Teilen. Ach so. So. Mit dir macht es Spaß. Mit den anderen würde ich das nie so spielen, weil derjenige, würde ich die Namen dazu sagen. Ach so, mit 3M. Ja. Siehst zu, aber ich kann es von innen öffnen. Geil. Ich muss dich mal kurz, kurz selber verteidigen. Helfen Sie mir rauf. Lassen Sie mich hier nicht zurück. So, auf. Komm zu mir. Ja. Schmei. Wirf mich mal rauf wieder. So. Kannst du aber gleich da rauf, ich komme nachher. Ja. Ja. Ja, habe ich schon. Ist schon offen. Kannst schon einer. Mhm. Der Zug-Simulator, oder? Nö. Nein. Nö. Nö, wir waren freigeschaltet. Nö. Also, entschuldigung. So ist jetzt nicht nachher hingeh. Hey. Wenn ich es auf Platin habe, haben wir natürlich unendlich Mulitöl. oh ja ich habe sowieso eine unendliche munition und heilmittel das ist halt da wie viel gesammelt ja machen wir die türe auf so ich habe unendliche munition für jede woche, ich habe jeden skillbaum, äh platter skillbaum mit der unendlichen munition ich kann auch hin und her wechseln, je nachdem wo ich unendliche munition brauche hinter uns kann man ein gescheit gegner, nur dass du weißt dann bleibe ich gleich hinter mir, ich schau so, jetzt kann man die aufmachen, ich heiße es wenn es dunkel ist hier gehen wir so viel aus ich stehe da wer auf, ich weiß es gar nicht mehr wir werden gleich spielen ja also da kann man durchraschen jetzt kommt die debatte mit ihren kurzer na na der war so ein kurzer der war so ein kurzer der war so ein kurzer auftritt hat der kannst der hat der kannst nicht einmal reiten das ist ja das geile hey hey komm die türe schnell ich muss peter rennen bitte ich würde ich würde lieber drehen bleiben die ist ja gut dick oh nein peter naja setzte ich falle schon drauf ich falle auf sie auch nachladen na jetzt kannst du erst den zombie darauf ich denke mir der ist ohne den kannst du erst töten wenn fressen wird warum tut er nicht nachladen jetzt was ich habe eine flüsternachricht bekommen ich habe eine flüsternachricht bekommen warte an die ziemlich schlecht ja flüstern mal zurück kannst später lesen ok ja mache ich dann gleich geht schon ja ich habe da gar keinen gehört deshalb so habe ich mich schnell umgedreht so ich spiele das jetzt schon zum fünften oder sechsten mal durch was vergrößt der redfield in der state drinnen im markus wir müssen durch diesen Teil der stadt um zur kathedrale zu kommen bleiben sie auf empfang falls sie Probleme bekommen ok die spitze des eisbergs da bleibt ja steht aus der 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 des die der 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 Das ist ein... 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 Ach so... Ich bin mal durch... schnell... Verstehen wir keine Zeit mit dem... Wo wirst du denn da hin? Was ist das? Das ist ein... Das ist ein... Das Spiel verlassen... Hallo? Jackson? Jackson? Ich sterbe! Jackson! Ich... Teile dich doch! Ja, ich tu gerade noch, Lana! Das verstehst du nicht. Also, das macht du. Ich verstehe, du checkst wieder auf den. Du schaffst ja mal, das ist aber kein D행. Hey, ichased jetzt gar nicht, mal geht's weiter. Er ist nicht kurz. Ich hab's nicht viel zu tun. Ich hör's nicht mehr. Wir sind einfach nicht mehr. Hey, das ist nicht mehr vertreten. Ich meine. Ich will es nicht mehr vertreten. Ich will die Schaden wieder. Ich habe nicht mehr vertreten. Ich werde es nicht mehr vertreten. Was hat denn da ein paar Probleme? So, jetzt gehts wieder. Wie kann ich dich jetzt einladen? Du kannst auch von da aus hier und dann kannst du wieder ganz normal fortsetzen. Vom Spiel an Gott? Ja, kannst du da ausgehen und dann kannst du es fortsetzen. Setz dich das Spiel vom letzten Kontrollpunkt fort, ne? Ja, einfach Spiel beenden und dann Kaffee oder neu starten und dann gehts wieder hin, fertig. Einfach fortsetzen, dann tut er fortsetzen. Nein. Keine Ahnung, auf einmal Kommunikationsfehler, Alter. Auf einmal hat er mich Solo über reinigaut, frag mich nicht. Jetzt geh ich auf fortfahren, gell? Ja. Ja, fortfahren und dann glaube ich, kannst du wieder Mainladen. Ja wirklich, Alter. Ich stirb doch heute. Jackson, wo bist du? Mach mal, komm Leute verloren. Nein, ich hab auch Ex. Jetzt hab ich mich verdrückt. Ich lade ihn ein, was ich drücke. Ich drücke Kreis. W-Warum kein Feind? Naja, so schnell geht das. Das, was ich krieg hab, ja? Kommt das jetzt so raus? Ich weiß nicht einmal, um was es da geht, Alter. Hey, ich kann nicht einmal das alte. Nein. Das Ding. Ich hab das eine Kase. Pokémon. Wo müssen die Kreise ziehen. Ah, ich glaub das war das. Ja, das habe ich gespielt als Stranger. Äh. 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 Bäh. Na. 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 Holy Night. Hm. Wo kommt das aus? Ich hab nicht einmal Schwert und Schuld gedacht. Ich bin immer gleich weit Schwert und Schuld. Ja. Ich hab noch immer... Ja, ich bin noch immer beim vierten, äh, gerade einmal vierten Arenaleiter. Schnell, verschwenden wir keine Zeit mit denen. Ich hab noch mal mit. Und ja, mit einem anderen virus. Ich hab noch mal nicht cool gemeldet. Ich hab noch mal aufhörte. Ja, mir das ist was... Ich hab noch mal zu Hause. Ich hab noch mal zu Hause. Ich bin auch so ein Würmer. Du bist nicht mehr und zu Hause. Für mich bin ich, die anderen Namen. Ich bin doch da oben. Ich bin ja. Ich bin ja. Ja. Ich denke, das ist gut. Da ist ein bisschen Kaffee Na wo? Den kann man erst drücken, wenn er aufsteht, oder? Kleine Arten wirken Sicher, sicher Auch einen starken Mann, der was mit der Hürft Hier Wir müssen rechts, darf er Zum Glück kann man nicht oben springen Da gehen wir wohl nicht nach Was ist das? Ich hab gewusst, irgendwo muss ich rechts ausweichen Ja sicher, warum wir jetzt Handfeuerwerfen in der Hand Ja Dann sind wir gleich wieder ein Drinnen ist es auf jeden Fall sicherer für Sie als draußen Ja Vielleicht können wir sogar kurz verschnaufen Ich hab gesagt, wir müssen uns verarbeiten Geh die automatisch Was hat denn jetzt Schilder Gibt nur für ihn was Gehst du vor? Gibt nur für ihn was Gehst du vor? Bleibt unkletter Stein Da rein Ah Ah Der Funkspruch lässt auf den Angriff einer unbekannten Organisation Oder Einzelperson Die Behörden gehen mit äußerster Vorsicht vor Da die tatsächlichen Umstände noch ungequert sind Sechs Zuschauer, schön dass ihr alle da seid Das kann man leider nicht überspringen Ja Enter dir Ja Der schaut aber nicht noch von Zomben aus Gibt die Familie steht auf Ja Andi Na Also Na Na Du Mach das Mit Unendlichen Mutation ist das ein Wahnsinn Schuss Die 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 Hallo, ich seh nix. Ich hab halt keine Heilmittel, Nandi. Ach, da, dann... Dann sporen, wo wir den sporen. Weißt du, dass die Störung komisch ist? Wenn du bei der Wand in der Nähe bist und ziehst, dann geht er in die Wand. Mhm, Dreckung. So. Markus, hab ich gesagt, dass ich das Spiel nicht spiele. Ah, und dabei, du bleibst gleich da oben, Stein. Da, oder? Bauen wir raus. Und rüber, los. Ach so, gehen wir. So. Hey, komm klar. Ja, ja. Ich muss auch ein bisschen schieben. Ja. Ich muss auch ein bisschen schieben. wieder lieber nächster ein plan habe ich so schnell wenn man da tut dann ein paar stund durch komplett das ist schwer oder kommt es nur naja das ist profi also bewegen sollte ich mich auch geht was ist jetzt los ich gehe da weg von der straße ich habe schon wie du es jetzt ich gehe mal da oben ich gehe mal da oben Wir befördern Sie ins Jensei! Ja, aber warte, bis ich weg bin. Okay. Du misch, die Videos sind schon nicht so geil. Aber ja, dauert halt länger. Was meinen Sie? Ich feuchte, wir haben keine andere Wahl. Ja, ich! Und zwar hier oben! Jetzt verschwinden Sie! Na los, Mann! Öffnen Sie! Lassen Sie uns rein! Vergessen Sie! Diese Dinger sind überall im Laden! Entweder beseitigen Sie sie, oder die Tür ganz verschlossen! Das ist schon das letzte Kapitel von 1. 1.5 ist das. Wo eh auf Vicky, oder? Ja. Na, Zombiesteiten einfach nur. Ja, eh, aber nicht, dass ich etwas vergiss, wenn ich nicht sammeln. Na, da vergisst du nichts. Einfach nur Zombiesteiten. Zombie-Modus. Einfach nur aussehen, Ballern. Dann bleibst du stehen, wie du bist. Oh, da kann man nicht aufnehmen, überall. Ja, ja. Und da drüben kommen Sie auch. Peter, helf mir! Ich hab's besser. Ja, kann ich nicht einmal abhalten, da ist. Denk ich mal! Das funktioniert nicht, weil ich schon mal vorher draufgeschossen hab. Spiel Sie nicht den Helden! mir ist es nicht so am besten pack pack doch kommt ja mal eine durch das fenster mhm das ist weg ich hab doch noch ein paar eine komm, wieder roll kann noch mehr langsend zu gehen so und so es so ich So, ich geh schon mal rauf. Ich steh schon oben. Es kommen dort die Zombies. Ja, bei der Fenster. Ja, unbedingt. Zeit! Nächste. Nächste, nächste. Mit der Wippie stimmigst du ewig brauchen, oder? Geh? Da, ja, das ist möglich. Oh, ein Stunke! Das ist hier! Das ist möglich. Ah, da ist der Mann. Hallo, Schroeder! Da. Da durch die Tür. das kombiniert auf die tür durch die stadt mal dahinter ich habe mit dem magnum drauf geschlafen ich habe extra vorher die magnum ausgeröstet schon, wie ich da reingegangen bin jetzt kann man so drehen ich wollte den gerade abschließen, der was da hängt helfen Sie ihm, die Bedeckung durchhalten, wir können nicht mehr aufnehmen es gibt keine Füße, wenn wir nachleihen kann aber nicht helfen, die was da hängt na, da haben wir noch schießen Frau Kohl, wo ich rumbringe schön, dass ihr alle da seid, schrecklos der nächste hm 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 was bei mir gesplitzt wer muss ich da, Leute, wir müssen runter zur Straße hm ist die Tür hinten ja, rein 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 rein, ich habe die Schraube ah, das kann man schauen hm 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 ach, Zuschauer hm das ist der rote kreis weg wieder jetzt ist er wieder da jetzt ist er wieder da jetzt ist er wieder da Trophäechen K.P.L.1, ein Schambler wie vom Medaillen so Start siehst du wie ein Füll Trophäe, da kriegst du ein Medaillen auf ok oder? ja Start halt jetzt was soll ich denn da reingeben? Motionssturmgewehr ok habe ich ja und das dürfte man gar nicht sehen was ich da jetzt gerade habe warum? das sind nur deine Skills na schauen wir auf die Fähigkeitspunkte ja du was soll ich denn da reingeben bei Nahkampf ich hab Nahkampfstufe 3 aber ja ja ich hab Schuss auf die Stufe 3 zum Beispiel ok dann mach ich das auch nein du einfach was gut ist was ich empfangen kann Scharschützengewehr unendlich Munition Sturmgewehr ja Sturmgewehr hab ich du kannst dir 3 sagen rein ich hab einfach 3 du hast einfach 3 verschiedene Sachen rein Sturmgewehr Scharschützengewehr Magnum mehr brauchst du nicht mehr Munition mehr Munition mehr Munition mit 4 und das zweite ist Magnum Magnum Scharschützengewehr Scharschützengewehr Sturmgewehr Scharschützengewehr Scharschützengewehr habe ich jetzt da passt ja fertig jetzt auf ok na auf Kreis oder Kreis zurück und dann eine Option mit Verlassen halt na da steht verlassen ja genau mit Option ja achso na gut dann hab ich jetzt auch er hat zuerst für die Magnum und für die Sniper eine unendliche Munition danke nein 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 Hilfe ich bin in Gott Hilfe du mieses backfuck jetzt müssen wir palern in die du bist du nicht du machst du 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 bist du du bist du du bist du Reicht auch. Du musst alle vier Kampagnen schaffen, dass du die Trophäe kriegst. Lass dich wegen Profi. So, jetzt kannst du bereits noch die andere Waffen nehmen, was du haben willst. So, wo hab ich meine... Da. Zombe. Zombe ist hier richtig. Mhm. Ich glaub da kommt auch einer, oder? Da kommt auch einer. Ah, egal. Ah. Äh, Marx... Äh, äh, Jackson. Ah, du ruhig. Ja, was du ruhig, ich bin, weißt du, ich bin unabsichtlich runtergeflogen. Guten Tag an alle. Leon! Warum sterbe ich denn? Ja, war ich da unter Wasser gestoppt, also der ist da nicht rein in das Lauch springen. Ich hab nur geschaut. Ja, das stimmt, hab ich schon oft gesagt. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Bin ich nicht deine Schnecke? Was ist das? Oh. Was ist das? Blades, dann. Ja. Hast du einen Gangnap bei dir? Nein. Was? Mehr. Oh, wir hören, genau. Da hinten. Du hast halt nicht in die Leiche gegangen. Nein, ich bin eh so groß, weißt du. Ich hab's eh gesehen, aber ich wollte einmal rein schauen. So, und jetzt? Blitz. Daher zu mir? Bin ich. Bin ich. Bin ich. Bin ich. Jetzt kommen wieder Blades. Gleich einmal. Da beim Raum. Da. Genau. Bin ich darin. Wir kommen jetzt hinter uns. Da drinnen und lassen wir es nach oben. Schaufelt, da. Ich habe einen Träger. Ich habe einen Träger. Ah, jetzt müssen wir wieder komplett retouren. Ja, jetzt könnte andersrum sein. Komm, schau es an. Und, 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 und. So lange es deine Lauf-Flex ist alles in Ordnung. Da hat er. Und du darfst nicht einmal in die Nähe kommen, weil es deine... Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ein. Nicht da hinten, einer. Ja. So, passt, jetzt kommen wir wieder. Drei, drüber. Mal auf zur Kathedrale. Äh, äh. Äh. 7. 10. 20. 20. 20. 20. 21. So, du musst aber überleben alleine. Du schaust dich schon. Ich komm gleich. Du schaust dich schon. Hm. Es schaust dich wieder. Ich weiß nicht, ob ich das so schrecken kann, oder? Okay Oh, da kommt die Schöne gegen Oh, das ist nett Oh, ja, wenn ich wirklich wollte es sein Überleb' einfach nur schnell Wie schießt man denn? Ganz normal Überleb' einfach nur schnell So, überleb' 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 Da kriegt schon deine Mentos Meinst los, Alter Wie das lustig ausschaut Ach so, das ist ja gar kein Gänger, so Da oben Da oben Ich bin eh gleich durchgeräumt, ich habe über die Zambus gelassen Ach so Wo bist du da? Also da 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 Dann holen wir uns noch eine kleine Methalle Dann holen wir uns noch eine kleine Methalle Warte, wir noch nicht gehört Sind wir jetzt endlich zur Kathedrale, oder nicht? Und jetzt endlich zur Kathedrale, oder nicht? Aber einfach hier im Gegner umbringen, das ist ein Metall Aber einfach hier im Gegner umbringen, das ist ein Metall Okay, wir erledigen sie zuerst Okay, wir erledigen sie zuerst Na, kommt hier Die höchstenglappen? Soll es ein Twins sein? Achtung, wir kriegen Gesellschaft Verkraft Achtung Das ist eine das ist ein schreier dabei ja wo zum maxi seiner zählte was das schilderste hinterlässt nächstes noch eine wir machen wollen das ehrlich kriegst du mit alle Ich hoffe, Ihre Information ist das wert. Aber ja, darauf verbessere ich mein Leben. Kein Stress. Lass uns mit den Gängern fertig machen. Da hinten ist der Schreier. Aber ich komme jetzt wieder. Oh, die Daten. Das sind die anderen Däger. Das sind die anderen Däger. Oh. 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 Ja, wo kann man da warten? Hm. Die Weife wird auch gibt's am Beteiliger, wenn's alle fertig machst. Wenn's nicht mehr Scherz, muss halt auch nicht gehen. Na, wenn die Medaille brauchen wir ja, oder? Ja, du kriegst noch genug Medaille, aber ich hab's sogar noch nicht, kann man sagen. Ja, du brauchst im Endeffekt nachher 150 verschiedene Medaillen. Ich glaub, die kommen immer wieder aus, da kommt mir vor. Das ist scheiße, was du aufhörst, komm mal rein, oder? Ja, das ist einfach gar kein der der Dreck. Komm mal rein, oder? Mir ist es egal. Ich kann mich das nicht mehr anhellen, oder? Na, echt schon. So. Einmal Sniper ausrüsten, bitte. Ich bin B-Sniper sehr gut, ja, ja. Da oben, siehst du das? Oh, beschau. Passt. So. Amor. Da ist nehmann. Das ist nicht einfach nur Dekoration. Daaaann... Schmeiß, Murphy. Ich lasse noch eine kleine Leiter runter. Hhhhhh. Hopp, Leiter ist unten. An mir. Ich kann nichts tun. Das ist, das. Das ist lang. Das wollte ich nicht... Warte. Der Weg, da! Mitte. da hinten und dann da und dann ja ja ich schon was ist das geschrieben ich will keiner schreiben weisen den weg und kinder kriegen so vieles möglich ist und so das droger ich gehe der wikertige ich gehe auf die andere seite ich gehe gerade dorthin wo ich hingehe das reden des meines steht da oben das ist die türen unten auf na jetzt läuft es doch jetzt können wir jetzt kommen wir jetzt kommen lauter starten der muss mit x deaktivieren deaktiven mix habe ich drückt ja einfach dazu über den text ich muss das machen ach so das ist ja eine bei mir in deinem raum das heißt die kommt immer wieder ja jetzt so nächster da jetzt kommen wir jetzt reicht es aber mal ja du brauchst du schauen bei die türen hause und fertig reinste jack x zur nächste kommen wir wieviel kommen da das ist der leitste raum oder kommen wir nach einmal mehr halt aber ist nicht schwer du hast nicht deine mentos zum freisen alter nein ich hab nicht so viel wie du ganz ihrer meinung das weiß ich mir doch nicht entgeht ok däppert wie wäre ich maul endlich ausweichen schule keine ahnung ich hab nix mehr ich muss warten bis du da fährst dieses worum redest du nichts konzentriert ist er hat mich gestimmt er hat uns beide gestimmt nicht die Tür ist offen passt du musst auf meine Seite oder visier auf dein auf deinem Spiegel das muss man drehen oder was nein einfach auch visieren visier an dein so der schreibt diese These aber ich lese nichts was schreibt der These ach so so das gibt es dann noch ein Spiegel nachher ich habe gerade gesehen ja 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 da da jetzt wie ich sehe hier drinnen da hast du es auch dass so etwas kommen das ist schon leid so jetzt da um gegenüber jetzt auf die Teigen in den Spiegel schauen als ob die ist der Zombe also vergesse so auch mal in den Spiegel ein bisschen passt ich sehe es ja schon aus wenn ich kenne das Spiel und dann kannst du merkst du es nicht das lebendige Wärterbuch oder wie nennt man das Lösungsbuch aber vorhin ist kein Spiel da ist ein Team 3 so jetzt müssen wir alle Glocken und Dinger abschießen so das welche Glocken ah draußen wie oft Reichtshenden fällt noch eine drehst du die Reichtshenden die Glocken und den Vogel das ist warte ich muss mich gescheiter hinsetzen was für ein Glocken ist ich da schlecht das sind eins also so den habe ich hier geschossen den habe ich das ist ja egal den hat er nicht genommen eh egal geht rein Mutter und die Mutter Maria so ah jetzt kannst du auch gleich die Magna Maus rösten ah oh bitte ah jetzt kann ich nicht wechseln ja ich weiß Magna Maus rösten ah dann kriegst du ein Trophäe ich hab den nicht los ich hab den nicht ah irgendwie Blitzfalke röste Klappenschlange Blitzfalter oder ja ja das ist die Magna Blitzfalke ja habts schon na moin wir müssen einfach schnell wir müssen schnell die Zambies umbringen quasi da wir müssen schnell die Zambies umbringen quasi da wir müssen die Trophäe dann gibt's klar wer Trophäe wir spawnen hier unten na jetzt kommt's ja Vetter wo die Hölle kann das denn her passt fertig lol hast du Trophäe gekriegt? jo passt was ich hab's gehört ja gehen wir Scheißkisten brachte keiner so das ist lustig mit mir, oder? Profi mhm wenn ich glauben könnte wenn ich glauben könnte dass Gott bei uns ist ist Gott bei uns aber ich fürchte wir sind allein diese Konsole und die Zerfer auf den Türen hängen wohl zusammen achso du machst das Rätsel grad oder das? ach falsche Tür falsche Tür ja das ist die rechte ganze da war ja nichts drin, oder? weiß ich nicht passt kannst ja alle aufmachen dann einmal den Gegner wenigstens das schafft ja ein Grundschüler man muss einfach die Ziffern auf den Türen eingeben ja, passt fertig da sind doch schön drauf da kannst du leider nicht überspringen aber dauert nicht lang Moment, den Ort kenne ich der Abram muss in der Nähe sein ja, durch die Tür nicht mehr ja ja Beppe sei ok T CAS oder w ah Ah, warte, bleib du da? Warte, wo war denn das? Die sind da weitergegangen. Ach so, da ist die Tür gewesen mit dem Traut und so. Warte, es gibt so einen ähnlichen Raum auch. So, aufpassen die Sammelstrengler auf erste Tür. Zweite Tür, so umdrehen, so umdrehen. So umdrehen. Ah, da, da müssen wir hin in den Raum. Bei mir. Warum tust du so Wasser aufdrehen? Obdrehen. Schau ins Walschbecken. Der redet dich auch. Der redet dich. Ja. Der wird so aufwerfen. Verraten Sie mich noch lange auf dem Volk der Spahn. Verraten Sie mir was los ist oder nicht? Kann auch nichts dafür, ich bin halt die Nummer 1. Nein, sie hat gesagt, ich. Hier auch. Da musst du mal eine in die Tür. Mit meinem Schatzschutz. War ich lieber mit meinem verheirateten... ...6. Du weißt nicht, um was es geht. Was zur Hölle habe ich da gesehen? Wir haben bei Elder Scrolls Online geheiratet. Sie kennen Sie. Wo war das da? Schon wieder? Danke. Und ich drehe ein Rad. Der hat doch irgendwas... Und ich drehe ein Rad. Warte, das muss denn was klappen. Du war eh nix. So. Ich hab's. Man muss sie nacheinander aktivieren. Na schön, ich wollte da gerade um mich gehen. Da geht ja gar nichts. Ich schütze dich. Ich schütze dich. Ich schütze dich. Ich schütze dich! Ich schütze dich! Ich schütze dich! Du merkst, deine Truppe! Ja, weil ich zu mir warten kann, doch nicht. Man, Jack, so isst du es dort, du! Ich bin gerade in dir geübt, aber in dir geübt ist es deutsch, ja, du weißt euch mal. Der lebt ja noch immer. Versteck dich nicht. Ich bin gerade in dir geübt. 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 Du willst noch weit spielen? Ja, bis Kapitel fertig ist. Ja. Heute spielen wir sicher noch mal. Hey, heute wollen wir klären und die Kampagne fertig. Also sind das extra Kampagnen oder sind das immer die gleichen? Nein, das sind komplett andere Kampagnen. Ah, okay. Das ist nicht immer das gleiche. So, da ist ein Emblem im Wasser. Da drin. Nicht Miseretto? Genau. Was ist denn überhaupt mit ihr? Ja, Schuss. Semato. Jo. Sie haben recht. Das ist wohl nur fair. Feuer Salamander. Beine auseinander. Beine wieder zentren. Es ist gleiche. Tricks und so groß. Sie haben recht. Was sollen sie tun? Sie sollen sie nicht immer so wichtig tun. Bist du nur neidisch? Auf wem? Der Jesus. Und Nadine? Nein, natürlich. Ja. Der Jesus kann ruhig die Nadine haben. Der kann ruhig die Nadine haben. So. Komm. Beschütze mich. Saja. So wie ihr mich kennt, habe ich kein Interesse. Beschütze mich. Ja. Der rennt zu schnell. Deborah. Hörst du mich? Ich bringe dich heim. Da vorne. Gegner weg damit. Ja. Warte mal. Ich habe gerade noch gekriegt. Was rennst du so? Stress. Stress. Alter. Der rennt durch die Gegner durch. Das ist ja nicht normal. Ja. Ich komme eh schon. Okay. 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 Ist das nicht? Der ist ein alter Speedrunner. Leon, Hilfe! Kein Stress. Leon, Hilfe und hüpft runter. Alter. Da komm, Alter. Den kannst du rumbringen. REN! REN! Kommst du dich oder ich? Ja. Das hinter dir. Aber zu nah kann ich einen Kick machen. So. Da. Ah, jetzt kommt gleich ein Stall. Da. Schirm. Also Schirm. Nein, schieb doch! Ist der Teppert? Jetzt da. Ich... Ich tue schon schirrm. Ich tue schon schirrm. Sag, wenn es freier ist. Easy, du kannst schon ein bisschen weiter gehen. Pass. So, und da. Weiter schirrm. Da weiter schirrm. Komm. Ich geb da auch eine Rückenweckung mit Dritter. Haha. Power. Sagst du uns frei aus. Komm. Passt. Der hat mir ins Gesicht gespritzt. Da. Alter. Ich rennt alleine nicht durch und ich trete nur die Gegner einfach nur weg. Ah, passt. Fertig. Jetzt dürfen wir wieder fighten. Endes Streifen. Ich weiß nicht. Ich habe gesagt. Ich bin jetzt nicht weg, Deborah. Ich habe gesagt. Helena, gehen Sie weg von ihr. Halt! Nicht schieb bitte! Ich hab die Bonte gar nicht mehr im Penis. Ich hab gestehen, die Bonte gar nicht mehr im Penis, hab ich jetzt verstanden. Du nach, Lona! Ich muss doch grad kämpfen, ich bin grad aufgespäßt worden. So. So, jetzt haben wir gedreint. Du sowieso nicht. Aber du hast jetzt vernexten die Aether neben dir, Alter. Der Desus ist nicht brav. Deborah, wo bist du? Ja, genau. Das ist ja voll der Beschiss, warum muss ich alleine tun? Und ihr könntest zu zweit machen. Was ich geh zu zweit machen, nicht allein. Da. Alter, du kommst mir nicht einmal nach. Dein Couto hab ich schon weggeschoben da. Und du bist noch nicht einmal da, ich fahr schon runter. Ja, aber du X drückst zum Rennen, ich drück ganz normal. Gibt's da keine Gänger, die sich umbringen kann? Da haben wir Gänger zum Umbringen da. Ja, voll langweilig. Also du musst dich nach oben schwingen. Wissen Sie auf? Ja. Bin zuzhaft. Äh, unbedingt. Eine schöne Brustere. Sag hier! Die AIDA ist schon da 100x besser als Spun Remake Find ich Da wollen immer feucht auf die Schweißer draufballern, das darf ich nicht Ausgepipsen Wir brauchen einen Zornbezahn, also aufpassen Lauf ihm nach, Steinen Schaps AIDA, HELENA Wie wär's mit Hilfe Ich helf dir nicht Die Ball hat euch schon durch oben Aber der Sascha rennt nicht durch oben Wie aufzählt Der Trotto Jetzt schau, dass du überlebst Du musst mich heilen Nein Nein Was? Was machst du da? Ich hab dich beschützt eigentlich Du hast mich angeschossen Nein, weil du so einen Sprenger neben dir gehabt hast Ach so Ich hab jetzt sowieso gestorben Aber was hat mich erwischt Das von oben, gell? Nein, Siehann hat keine Ahnung Du bist hier alles nicht Du bist hier durchgerannt bei den Zombies da Ja, ist eh gut so Da Das hat man davon Wenn man bei den Zombies durchrennt Nein, irgendwas hat mich erwischt Ich muss jetzt aufpassen Das ist schon schade Pass auf, jetzt kommt es hier wieder Ja Das ist mit Roppen Genau das was Glaube fliegt Ja Das ist eine lustige Zickenzone was du bist sehr leicht du fährst mit dem Aufzug ein bisschen spazieren ja das mache ich auch dafür deine Gänger also also nichts aufregend da da ich knolle deine Gänger schon alle ab da da bei der Kurbel habe ich schon die Gänger hingemacht so und jetzt etwas Gebüte den habe ich bald in mir und dann bin ich Alter da muss ich ihn ja schon längst haben mit dem Corona-Virus bei meinem Corona-Verschleiß bei uns auch in Wien haben sie einen Verdacht du bist so behindert du bist so behindert da auch das bist nicht du einen schönen Hintern hat das weiß ich nicht das muss man nur fahren jetzt muss man nur fahren das ist das ist das ist das ist das ist 23 praktischer das ist praktisch das dauer aufschießende da 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 Da, da, da Hmm, da, da, da Da, da, da Da, da Da, da Da, da Da, da Entschuldigung, dass ich so lange mit meiner Schweiß da brauche So, Kapitel fertig Ich mache jetzt eine Spielpause Äh, ich Trophäe kriege? Ja, ich glaube schon, ich habe jetzt nicht geschaut Hm Ja, dann tue ich jeweils den Spiel beenden Und dann machen wir da gleich weiter, oder? Ja, wenn, dann den schon Aber lass uns kurz... Was? Ja, ok, habe ich getrockt Ja, aber Du trotzdem noch mal ins Label reinladen Dass es gut gespeichert Ja, ist es, habe ich ja vor Und dann, wie spiel das jetzt? Zwei, nein, drei, fangen wir wieder aus So was in, was so spielt Mal schauen Ich habe bloß Pause noch Ah Seht genau da Äh, geh einmal aus dem Spur raus Nein, nicht aus dem kompletten Spur Sondern Hauptmenü Du hast da einen Klick jetzt gehabt, alter Ja, ja Ich werde nur neugierig Geh unter Bonusmaterial rein Ok Sammlungen Ja Äh Bei Leon hast du die ersten zwei Reihen voll Ja Passt, dann hast du alle Passt, sehr gut Weil wenn du so zwei Reihen quasi nach rechts und nach unten hast, kriegst du ein Trophäe und wenn du alle hast, kriegst du auch ein Trophäe Oha Ja Ja So Ich beende diesen Stream bis in ein, zwei Stunden wieder Ja 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 Ja